das war mein silvester als erstes kommt natürlich die vorspeise das war akroschka das ist ein russisches gericht ich finde sehr und was kommt nach vorspeise genau nach speise da gab es spätsel und es gab noch irgendein filet keine ahnung was sind aber insgesamt so lecker und dann kamen halt die bälle also wirklich das ist das fand ich das war das highlight und danach haben wir unsere angezündet seht einfach selber können wir kurz darüber reden wie meine mutter einfach wow gesagt hat die ja so dumm und wir haben natürlich noch mal angezündet aber die habe ich nicht gefilmt und falls ich noch mal sehen wollte da ist er